Beste Freundinnen lassen sich nie allein, Freundinnen wollen wir sein. Beste Freundinnen lassen sich nie allein, Freundinnen wollen wir sein. Franz, ein wahrer Leckerbissen. Stephanie? Oh, hallo Daniel, wie geht's dir? Oh, prima, danke. Gut, dass du hier bist. Könntest du das Brot für Mia mitnehmen? Sie ist bei ihren Großeltern auf dem Bauernhof. Sicher, kein Problem. Daniel, das kann nicht dein Ernst sein, das Brot ist schon Tage alt. Aber, ja, aber... Entschuldige, aber jemandem ein altes Brot zu schenken ist total inakzeptabel. Du brauchst meine Hilfe, rutsch mal. Aber... Aber, Stephanie... Hilfe? Stephanie, ich sollte dir sagen... Wasser? Hier. Du solltest... Jetzt das Mehl. Nein, Vollkornmehl. Gut, wir brauchen Getreide. Roggen, Hirse, Gerste, Mais. Hör mal, ich versuch dir zu sagen... Halt dran, Daniel. Was getan werden muss, muss getan werden. Siehst du, Daniel, es ist wichtig, alles, was man tut, mit Stolz zu tun. Mädchen, dir muss man helfen. Was hast du gesagt? Äh, ich sagte, da ist ein Kunde, der Hilfe braucht. Hm, jetzt fehlt nur noch ein Korb. Und voila, die Präsentation ist alles. Wow, Stephanie. Hast du das gebacken? Danke. Immer gern. Hm, das riecht wunderbar. Ah! Ich wusste nicht, dass du Ziegen so sehr magst. Normalerweise schickt mir Daniel altes Roggenrot, um sie zu füttern. Das ist ein echtes Leckerli. Ja, ich liebe Ziegen.